Paw Patrol zur Zentrale Die Entenküken wird von der Luft aus ein Auge auf die Entenküken haben. Rubble muss die Felsen aus dem Weg räumen, damit Marshall zu den Enten gelangen kann. In Ordnung, Paw Patrol. Lasst uns diese Enten gelangen. Um zu den Entenküken zu gelangen, müssen wir durch das Maislabyrinth auf dem Bauernhof von Bäuerin Yumi. Sammle alle Leckerlis, die du findest. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle alle Leckerlis, wähle die Fellfreundfähigkeit, die dich weiter... Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Die Entenküken sind hinter dem Maislabyrinth. Folge dem Weg, um zum Labyrinth zu gelangen. Finde und sammle alle Leckerlis. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Siehst du diesen Baumstamm? Chase kommt da auf keinen Fall vorbei. Sieht so aus, als bräuchte er Skys Hilfe. Wähle die... In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du... Das ist toll! Perfekt! Welche Fellfreundfähigkeit möchtest du einsetzen? In Ordnung. Na bitte! Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Du hast Chase dabei ge... Marshall! Lass uns weitermachen! Finde alle möglichen Leckerlis. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Du hast die Leckerlis gefunden! Wähle, welche Fellfreundfähigkeit du nutzen! Gut gemacht! Mach in der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Ein goldener Pfotenabdruck! Du hast es geschafft! Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst Diese Felsen versperren aber den Weg Wir brauchen Rubble und seinen Bagger, um sie aus dem Weg zu räumen Wähle In Ordnung, jetzt können wir weitergehen Sammle weitere Leckerlis, die du findest Du hast die Leckerlis gefunden Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungs-Wähle die Fellfreundfähigkeit, die du Protastisch! Richte den Wasserstrahl aus, indem du den linken Stick bewegst Fast geschafft! Mach weiter so! Wir haben es geschafft! Die Entenküken sind in Sicherheit und glücklich Gute Arbeit, Paw Patrol! Du hast genügend Leckerlis gesammelt, um ein Platin-Leckerli zu erhalten Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigesch... Du hast einen sehr gut gegründet, um ein paar Jahre gelesen